Lauf! Nein! Ach, die ist so süß! Nimm mir den Stock mal weg, was passiert dann? Ja, na... Nein! Stopp! 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 Das war's für heute. Musik 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 Es ist ein kleiner. Also dieser Finger hat gesagt, wenn sie einen Stock hat, dann ist es halt ein Chunky-Fasen, die sie entwicklen. Und sie lässt einen Stock damit los. Absolut nicht. Es ist so wie Heroin der Welt. Also es ist so gut, wenn sie geht nach vorne. Deswegen ist es voll.